Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr hattet euch gewünscht, dass wir uns im Laufe der Alpha auch mal die neuen Zonen ein bisschen genauer angucken. Mit der vergangenen Woche quasi wurden die Ringing Deeps, die schallenden Tiefen, als neues Gebiet in die Alpha gebracht und wir wollen uns an dieser Stelle das Ganze einfach mal anschauen. Die Minimap funktioniert schon, die Karte selbst im Spiel natürlich wieder noch nicht, deswegen können wir jetzt nur so grob abfliegen, was uns hier erwartet. Ihr seht, es sind zwei Delphs, also Tiefen auf der Map, die man spielen werden kann, plus zwei Dungeons, das Steingewölbe und der Dunkelflammspalt. Wir haben insgesamt acht Flugpunkte und es wird auch wieder diese Bonus-Events beim Questen geben und ich würde sagen, damit starten wir einfach mal los. Ich habe immer noch nur diese drei Elan und ihr könnt mir glauben, ich habe sehr, sehr viel probiert und nein, man kommt auch in der Alpha nicht nach Dragonflight zurück und kann da irgendwas skillen. Das geht sowieso nicht mehr, man soll da nichts mehr skillen müssen. Warum diese Fehler immer noch da sind, ich habe keine Ahnung, aber wir werden damit leben müssen. Hier sind wir jetzt im, ja, eher östlichen Teil der Map mit dieser Obsidianhülle. Das finde ich, sieht sehr, sehr schick aus. Die grollende Einöde hier, alles in allem, ja, ein Gebiet, welches uns mal wieder unter Tage führt quasi. Die schallenden Tiefen hier, Teloch, ein Gebiet, welches wir haben, das sieht so ein bisschen aus wie eine so verlassene Stadt unter der Erde. Hieß es ja, oder daran haben wir im ersten Kapitel gequestet, dass man diesen Zugang unter die Erde wieder freigeschaltet hat. Das ist uns jetzt an dieser Stelle gelungen. Man kann aber nicht in der Alpha mit seinem alten Schar sich direkt in die neue Zone teleportieren lassen. Deswegen musste ich dafür jetzt mir einen neuen Schar erstellen. Deswegen ist das jetzt ein anderer Droide, als es vorher war. Nicht, dass ihr euch wundert, jetzt fliegen wir hier mal den Süden ab. Hier haben wir die uralten Felle, also Wasser, welches von oben scheinbar hier nach unten düst und kommt und so weiter. Tatsächlich war das die Zone, wo ich zumindest nach der BlizzCon-Ankündigung irgendwie am wenigsten erwartet hatte, weil, ich bin ehrlich, ich mag dieses Konzept prinzipiell nicht von wir spielen die ganze Zeit in einer Höhle und alles ist überdacht. Blizzard hat hier, finde ich, auch nicht so gut dieses Konzept hinbekommen, von wegen, es soll sich nicht so anfühlen, als wären wir in einer Höhle. Also, klar, nach oben hin ist ziemlich viel Luft und da kommt auch teilweise mal ein bisschen Licht rein. Ähm, aber von den Screenshots aus anderen Gebieten ist das ein bisschen besser gelungen. Aber, was ich sehr nett finde, die Zone ist super abwechslungsreich gestaltet, wie hier jetzt diese lebende Grotte. Da haben wir wieder diese, wie nennt man das, Fäden, wir nennen sie Nupsis. Diese Nupsis, die vom Himmel hängen. Ähm, das sieht sehr, sehr cool aus, wenn ich das mal so sagen darf. und gibt dem Gebiet, also ja, es ist alles unter Tage und jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, aber zumindest haben sie es geschafft oder hat Blizzard es geschafft, dass die einzelnen Zonen, ähm, weitestgehend abwechslungsreich sind. Und jetzt habe ich diesen dummen Stopp gedrückt und das wird uns jetzt jede Menge, jede Menge Schwung kosten. Da können wir aber nochmal hier nach unten explorieren, denn es sieht so aus, als wäre diese Zone nicht nur Länge und Breite ganz gut aus. Ah, Ashka Head. Hier geht es jetzt in die, äh, in die vierte Zone dann quasi, wo auch der Raid ist. Also da habe ich jetzt gerade etwas entdeckt, wo ich gar nicht hätte hingehen sollen. Jetzt werde ich wieder nach Sturmwind teleportiert. Das ist interessant. Jetzt, äh, Dude, bring mich zurück in die Ringing Leaps. Das macht jetzt nichts, weil da können wir uns dann gleich nochmal anschauen, wo man denn dann landet und wo die Quests losgehen. Also, das ändert mich, oder gibt mir so ein bisschen Vibes, wie man auch in die Zaraleck-Höhle gekommen ist. Sprich, ähm, offene Zugänge ohne Ladezonen oder Ladebilder zwischen den Zonen, wo man dann einfach durchgeflogen ist. Jetzt sind wir hier wieder eher im nördlicheren Teil der Map. Und, ähm, hier sehen wir dann auch mal Koboldarbeiter und all das, was dazu gehört. Fliegen wir hier jetzt in den Norden. Da waren wir noch gar nicht groß. Äh, das Heilsturztor befindet sich hier. Wann haben wir noch? Da müssen wir auch gleich nochmal eine Sache gucken. Ich habe nämlich eine Sache auf der Map entdeckt, wo ich nicht weiß, was das bedeutet. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Ähm, die Erdwerke. Also, hier fließt dann Lava. Also, es ist wirklich von der Vegetation und was alles dazu gehört, sehr, sehr interessant. Hier haben wir dann die Erdwerke. Das ist dann das Steingewölbe. Da geht es in diesen Dungeon rein. Da ist dann hier der Eingang. Und den Portstein habt ihr ja da unten bereits gesehen. Ähm, wenn wir da jetzt mal reinschauen, Dungeons, The War Within, Stonewald. Da haben wir vier Bosse am Start. Und das ist Edna, Skarmorak, der Schmiedensprecher, der noch kein Model hat. Und der oberste Sprecher, Eirich, der auch scheinbar noch kein eigenes Model hat. Also, deswegen, die Sachen gilt es alle noch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Also, das hier hat sehr starke Schmiede-Vibes, würde ich das Ganze jetzt mal nennen. Kommen wir hier nach links weiter oder ist da auch was zu? Ich habe leider hier gerade nicht so richtig die Möglichkeit, mit meinem tollen Mountviech hier Schwung zu sammeln. Denn, dementsprechend gehen wir jetzt mal auf der Seite raus und verkacken und müssen erstmal landen. Perfekt. Weiter geht's. Wir flattern einfach mal in Richtung des zweiten Dungeons. Hier sieht jetzt wieder alles ein bisschen heller aus. Hier haben wir die verlorenen Minen. Das müsste dann dieser Kobalt-Dungeon sein, Dunkelflammenspalt. Äh, hier haben wir überall diese Minenkarren. Das ist ja ein wiederkehrendes Thema in dieser gesamten Zone. Ähm, teilweise würde ich sagen, sieht es noch manchmal ein bisschen leer aus. Mit ein bisschen wenig Mobs. Aber das ist ja was, was sich durchaus noch ändern kann. Und Dunkelflammenspalt. Ich habe wieder den Namen vergessen. Dunkelflammenspalt. Auch hier vier Bosse. Und da ist unter anderem der Kerzenkönig dabei. Also quasi der King der Kobolte hier. Wir haben den alten Wachsbart, Schuftknecht und Docht. Wir haben Loenza, eine riesige Kerze. Wir haben den Kerzenkönig. Ein Dude mit sehr, sehr vielen Kerzen. Und wir haben die Finsternis. Also da nochmal einen verderbten Mob. Ähm, ich muss zugeben, dadurch, dass die Zone nicht nur in Länge und Breite einiges zu bieten hat, sondern auch sehr viele Höhen und Tiefen, glaube ich, das zum Beispiel hier sieht sehr, sehr schön aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, sieht aus wie so ein paar Koboldbehausungen. Ich glaube, man wird sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen müssen, wo man denn jetzt hier langen muss und wo was ist und überhaupt. Aber, was mir sehr, sehr gut gefällt, und das muss ich an dieser Stelle mal anmerken, ähm, für eine Zone unter der Erde. Das ist ja immer noch was, das kann man halten, wie man möchte. Ich mag, auch wenn sich Blizzard da sehr viel Mühe gibt, überirdische Zonen lieber. Aber die letzte große, die wir bekommen hatten, war die Zaraleck-Höhle. Und im Vergleich dazu finde ich all das, was wir hier haben, wesentlich schöner. Es gibt Wasserfälle, Wasser, Vegetation, es gibt, äh, Kobolddörfchen, äh, Schmieden, es... Also, ich finde, Blizzard hat sich sehr viel Mühe gegeben, damit diese Zone so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Und ich würde sagen, das ist auch gut gelungen. Wie sie sich jetzt spielt in Sachen Questing und so weiter, kann ich noch nicht sagen. Das konnte ich aus Zeitgründen noch nicht testen. Wenn das aber ebenfalls so gelungen ist wie hier, dann, ähm, bin ich da guter Dinge. Jetzt wollte ich nur mal gucken, was es hier mit auf sich hat. Warnung, eingestürzter Tunnel. Wenn wir da jetzt draufklicken, das ist was, das kenne ich, was ist mit euch? Oder weg mit euch, Kobolde, niemals so weit gehen, nichts wissen, ob Dunkelheit ist da. Vielleicht ja, vielleicht nein, Gefahr. Manche Geschichten erzählen, dass Dunkelheit, was, ich muss Larven zerquetschen, äh, Dunkelheit keine Gestalt haben. Wenn stimmt, woher Kobolde wissen, vielleicht Dunkelheit, vielleicht Dunkelheit in euch? Nein, Dunkelheit, geh weg. Nix, Kerze auspusten, jetzt sehr viel Angst, Geräusche hören, ich wieder in den Tunnel gehen und Dynamit legen. Großes Bumm, Tunnel dann sicher. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche Sammelsachen sind, weil jetzt passiert hier jetzt auch nicht mehr so viel. Oder ob man da zukünftig was wird machen können. Ähm, hab nur eben das Symbol auf der Minimap gesehen. Vielleicht ist es auch wieder was mit Open-World-Events in die Richtung. Aber das sah ganz witzig aus und was mir optisch mit am besten gefällt, sind tatsächlich hier diese Obsidian-Höhlen und wo das ganze Zeugs von der Decke hängt. Das hat irgendwie was, das gefällt mir sehr, sehr gut auf den ersten Blick. Und dann haben wir ja schon gesehen, rollende Einöde sind jetzt, denke ich, einmal grob alles abgeflogen. Und ich will nochmal da runden, wo es in die Neruba-Zone geht. Das war noch weiter, das war noch weiter östlich oder südöstlich. Ähm, das müsste, glaube ich, hier unten irgendwas gewesen sein. Da ging es nämlich ziemlich, ziemlich stark bergab. Aber ja, ihr könnt schon mal gerne in die Kommentare tippen, was diese Zone mit euch macht, wie sie euch gefällt, was ihr vom ersten Look her sagt. Klar, haben wir jetzt noch nicht gequestet, aber uns zumindest schon mal ein paar Dinge angesehen. Und ja, alles in allem, wenn ich dazu zwei Anmerkungen hätte, ich finde es gut für eine unterirdische Zone, haben sie das Ganze sehr, sehr abwechslungsreich gestaltet. Also da kann man Blizzard definitiv keinen Vorwurf machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Höhlen mag ich persönlich nicht so gern, wie offene Zonen heißt. Heißt, äh, ich werde mich in The Bowers Inn dran gewöhnen müssen, aber es ist besser geworden, als ich das gedacht hätte. Hat doch schon einige schicke Fleckchen. Und damit seid ihr jetzt gefragt. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch die Zone gefällt oder gefallen hat. Ich bin gespannt. Bis dahin, habt eine gute Zeit und reingehauen. Bis dahin, habt eine gute Zeit und reingehauen.